Okay, everybody, we are come today here. We are administration from the Ambassador of Jad. Because why? Because of this criminal in our country. They kill us. They say I'm president, but he's not president, he's mafia. Auf den Demonstrationen wurden drei Menschen erschossen. Dies ist die normale Praxis des Regimes. Es folgten mehrere Demonstrationen, unter anderem in Frankreich und der Kürze. 2012 hat das Regime sehr viele Menschen in Afrika ermordet. Wie ist das ermordetes Regime? Viele Menschen. Die Polizei in Deutschland hat die Zeit, was das Ermittler schief, hat die Menschenrechte und geliefert die totale Straffreiheit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sie sind auf dem Fahnen. Sie sind auf dem Fahnen. Sie sind auf dem Fahnen. Sie sind auf der Fahnen. Das ist die Tür. Sie sehen am Fahnen. Sie sehen wie gut. Aber jetzt müssen wir alles ändern. Wir sind in 1960. Der 11.06. Der 14.06. 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 Der Minister der Internationalen ist auch die Loi. Die FRAC, die Spannung des Menschen, die Illegas und die Arrestation des Arbitrares des Gouvernements. Aber Europa bleibt silenciée. Sie interessiert sich nur auf die Kooperation, die Ökonomik und das ist die Europäische. Wir sprechen über die Europäische Europäische. Die Europäer ist in der Lage, die Arbitre des Gouvernementen ist. Aber die Europäer ist in der Lage, in der Kooperation und Militärs mit einer Person. Die Medien sind seltsam, wegen des manchen der Freiheit. Die Medien, die Journalisten im Tchad haben, haben keine Freiheit. Die Medien im Tchad gibt es keine Freiheit. Es gibt einige Presse, die die Tchad gegründet wurde, in ihrer Familie. Für was passiert ist sie, sie wollen es verraten, was passiert ist. Die Medien sind seltsam. Wir haben die Freiheit, die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Journalisten, die Universitäten, die Mitgliedstaaten sind in Tchad gegründet worden. Viele sind in der Lage, die Journalisten im Tchad gegründet wurden. Er hat 23 Jahre alt. Er hat 23 Jahre alt. Er ist im Tchad gegründet und verraten. Er ist im Tchad gegründet und verraten. Verraten ist, die Menschen, die in der Masin, die jemanden, die seine Frau und seine Frau, die Menschen werden zum Thema verraten. Aber der Menschen, den Menschen, die Bank der Heyer und der Koffer, die sind in der Flachen, die Leute, der Texas zu tun. Er wird Cover mit dem Tchad gegründet und zu tun. Man muss immer die Tchadien-Pöplationen in der Ostdeckung. In den Späten gibt es keinen Medikament. Im Stadtteile gibt es keinen Dorf. Aber wir wollen es nicht ändern, wir wollen wir das Recht. Wir wollen das Recht auf diesen Diktatoren. Wir wollen das Recht auf die Freiheit. Wenn es keine Freiheit gibt, wollen wir dienostale Wonderful. Wenn es der Recht auf den Frauen des Eoniens und der Homeroid gibt, Wir wollen die Arme verändern. Das ist obligatorisch. Die Tchariäu-Klöse will nicht bleiben bleiben. Die Tchariäu-Klöse sind frei. Wir sind frei. Wir sind frei. Wir wollen die Freiheit. Wir wollen die Freiheit nicht. Wir wollen die Arme verändern. Ihr kennt die Arme. Die Arme. Die Arme. Das ist die Vizierin. Jetzt wollen wir die Abenteuerrukte, hier. Die Abenteuerung sind sehr für uns. Die Tchariäu gibt es sehrliche und handelt die Tchädien. Die Arme ist in Tchädien. Unter der Tchädin und in Tchädin sind, in Tchädin und in Tchädin sind sie sterben, im Arkansas und inXT. Wir brauchen keine Medikamente. Wir brauchen die Leute zu verpassen. Es gibt keine Lüge. Die Ducatoren werden hier in Deutschland, in Deutschland, in France die die internationalen Krankenhäuser und Europäische Krankenhäuser hier. Die anderen Djanien, die nicht mehr Geld haben, werden sie in den Krankenhäuser gehen. Er hat gesagt, dass jemand nicht mehr Geld für jeden Tag für 5.000 Franken, also für 10.000 Euro, wenn er nicht essen will, wird er in der Kapital und bleibt in der Dzerne. Er hat gesagt, dass seine Familie in der Kapital bleiben. Es gibt keine Demokratie, keine Freiheit, keine Dinge. Wir wissen, dass wir in Deutschland keine Freiheit und keine Demokratie haben. Es gibt keine Freiheit und keine Demokratie. In Jahr 1900 aus Berlin. Auf dem Jahr 1916 war das Land Deutschland aus dem Jahr Neil. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe die Zange, ich habe die Zange. Sie sind nicht in den Gnäschen. Sie haben einen Zangeboden. Sie haben keinen Pfalz. Hier, es gab nicht. Die Zangeboden wurde von 2003. Bis zum nächsten Mal. Wo ist die Zangeboden? Die Zangeboden ist in der Stadt. Sie haben sie eine Zangeboden? Nein! Sie haben Sie eine Zangeboden? nicht! Es ist nicht in diesen Weg von Kiste! Du willst hier fangen, aber nicht trafieren Sie sich für einen Informationen? Die Reise! Sie lieben! Ihr könnt diesen Weg auf! Warum? Ihr seid nicht in den Gehirn. Ihr seid nicht in die Situation. Sie sagen, ihr kommt nicht? Sie machen uns keine Arg TCOO. Du hast keine Schuld, keine Schuld. Du hast keine Schuld. Warum? 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 Wenn du die Doktor hast, ich habe einen Märet. Der Dr. Zahdei sagt, dass du 200.000 Euro für einen anderen, ich sehe dir, was das ist. Warum? Ich bin kein Wartner. Ich bin ein Wartner. Das ist wahr, ich bin ein Wartner. Wir brauchen Freiheit, Demokratie und Demokratie. Das ist ein Wettbewerb. Die Menschen sagen, sie haben 23 Jahre lang. Die Menschen sagen, sie haben einen Vot. Die Vot. Sie wissen, was ihr wisst? Sie wissen, was sie wissen. Die Vot. 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 Was dieser Demokratie? Die Demokratie. Ja, es ist die Demokratie. Bas thank you. nicht Demokratie. Die Demokratie wird eine Demokratie underdrängst. Was der Demokratie wird eine Demokratie das unter and says? No ist die Demokratie an eine Demokratie. Dieses kostet nur die Demokratie. Die All intentar, was dieser stepping. Aber sie sind nicht mehr Geld, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Das ist ja klar! Das ist ja klar! Wenn ich heute in Libia nicht solle, in Chatt nicht solle, dann sagte ich, wir gehen auf die Tür und gehen auf die Tür. Und dann sagte ich, wir haben 10,000 Euro gesagt. Das ist ja klar! Das ist klar! Sie machen die EU-KW처럼 das nicht so offenbar. Wir sind heute in der Dreihege, die in der Kühe, wir demonstrieren das Geist und weHolaern. Wir leben das Geist, machen wir es. Wir nicht mehr! Es wird der Menschheit nach Freiheit, Wir müssen das Debatte über die Demokratie und über die Entwicklung beantreffen. Wir müssen das alles behebungen und die Menschen, die wir uns funktionieren. Wir müssen alle Menschen einigen. Wir müssen uns einigen. Wir müssen uns einigen. Es ist einigen. Wir müssen uns einigen. Wir müssen uns einigen. Wir müssen uns einigen. Wir wollen uns mit den Schadern in Europa und Afrika und in den Arabischen Ländern zurückkehren. Wir wollen uns mit den Schadern auf den Schadern und mit den Schadern zu machen. Wir wollen uns mit den Schadern in Europa und in Afrika und in den Arabischen Ländern zurückkehren. Und wir kommen aus Europa und den Mitgliedstaaten und von allen Menschen, die wir in diesem Problem haben. Denn es ist eine große Herausforderung. Wir haben eine Katastrophe, eine Katastrophe, eine Katastrophe, eine Katastrophe, eine Afrika. Und alle Menschen sind in Libia, in Saudi-Saudien, in Soudan, in Nigeria. Ich bin ein Europa. Die Menschen sind nicht so großartig. Sie sind nicht so großartig. Sie sind nicht so großartig. Sie sind aus Afrika, Europa oder Arabischen Ländern. Sie sind nicht so großartig. Sie sind aus Europa und Amerika. Sie sind so großartig. Sie sind so großartig. Sie sind so großartig. Ich bin alleine auf hope. Die Bewerber sind hier so gut, wir sind hier mit anderen Menschen, Bordensperren und Politiker, alle Leute hier. Aber wir haben uns nicht so geholfen, aber wir haben uns nicht so geholfen. Wir haben uns nicht so geholfen. Ich bin hier von niemandem. Ich bin alle Menschen, die die Menschen haben. Ich bin alle Menschen. Wir sind in den Bergen. Wir sind sehr oft. Wir spielen, und wir sind zelnutig. Wir haben nicht mehr. Aber wie ist es? Wir sind nicht mehr. Wir haben einfach auf die Dinge, wir sind nicht mehr. Wir haben einen Verstand, wir haben etwas nicht mehr. Okay, everybody, we have come today here, we have an administration from the ambassador of Jat. Because why? Because of this criminal in our country, he killed us. He said, I'm president, but he's not president, he's mafia. From 1991 until now, he started killing the people. Okay, from 2003 October until 2013 October, we are selling our petrol for the world. But we have to make our country good. We have to give our people confidence. We have to do every time the best. But this president, he killed us. No school, no hospital, no electricity, no street. Okay, nothing. You know? He took everything from our country, he gave to French, and then he get more power. Yama, 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 Yama! Yama, Yama! Yama, 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 Yama! Yama, Yama, Yama! Yama, Yama, Yama! That is before, brother. But now, we have to change everything. Right. Everything. We have to change from zero. Yes! Yes! You know? Yes! Now, we come here because they say ambassador here. But it's not ambassador. It's mafia. Mafia! Yes! Yes, yes, yes! This is truth! This is truth! This is mafia! This is big mafia, family, prison. Everybody here, you stay here. But they take photos. Why? Tomorrow, you go to Chad, they take you, and then they will kill you. Like everyone. But, we don't care about that. We don't have rent. The Chad, don't worry. Okay? But we fight, we talk, we do everything to change. This thing. Okay? Our people here, someone comes from Libya, someone comes from French, someone comes from Italy, someone comes from every world. Okay? To demonstration here from this Ambassador. We have to change. That's what we need to say. Thank you. This is the biggest in my beliefs, The first thing is Harami You have seen thisat occurs Harami Harami Das ist eine große Herausforderung für die Demokratie. Das ist eine große Herausforderung. 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 Das ist eine große Herausforderung für die Demokratie. Die Polizei hat gesagt, wir gehen nach Schwerpunkt. Aber ich habe gesagt, wir haben ihn bis 4 Uhr. So, ich denke, wir gehen nach 0.30 Uhr. Also, wir gehen nach 1 Uhr. Und das ist eine große Herausforderung. Ich hoffe, das ist eine große Herausforderung für die Freiheit. Das ist eine große Herausforderung. Das ist das eine andere. Das ist ein bisschen besser. Das Land ist 12 Millionen Gehäuser, vor allem 2 Millionen Euro und 0.5 Millionen Euro. Das ist das 1 bis 2 Millionen. Das ist das 2 Millionen Euro. Alles ist das 2 Millionen Euro. Wir haben ihn schon einmal an. Wir haben ein paar Gäufe, wenn wir uns die Menschen hier wissen, dass es die Welt nicht wissen. Wenn wir uns die Gäufe stehen, die die Welt in die Welt befinden, und die Welt in die Welt befinden. als auch mit französer Wir haben die stiefen, die französische Ruhe, die französische Veranstaltungen ausgesprochen wurden. Denn wir sprechen auch nicht französisch. Sie sehen uns nicht französisch. Das ist das, ich bin zu jederzeit. Es gibt französische Ruhe. Die französische französische Ruhe sind. Die französische Ruhe sind von uns übrigen. Wenn man im Flasen, die französische Ruhe ist, So wollen wir nicht darauf achten uns um diese Maschinen zu bringen? Ist das dann auf der Maschinen? Ist das so ein Neues? Nein, es ist die Frage, wenn auch eine Maschinen w considering sie ebenfalls zu sein. Wir werden das nicht auf der Maschinen die Maschinen zu rettetieren. Der Maschinen hat jetzt nicht die Maschinen noch nicht auf der Maschinen. Schweinbanne ich den Maschinen. Er hat auch eine Maschinen von einer Maschinen. Das war für die Möglichkeit der Zersche. Sie haben eine Begriff auf der Frucht. Sie haben eine große Koffe, die sich in Afrika und die Schrauben, die einmahnen von 11 Millionen €. 11 Millionen €. Das ist eine Demokratie. Das ist eine Demokratie. Das ist eine Demokratie. Das ist eine Ukraine mit der Fransai. Das ist ein Chatt. Ich will euch noch einen Klick. Wir sollten die Leute sagen etwas. Das ist ein Thema. Das ist ein Thema. Das ist eine Mafia. Das ist nicht ein Zofahrer. Das ist nicht ein Zofahrer. Das ist ein Zofahrer. Nicht du kannst ihn, wie es geht? Das ist ein Zofahrer. Nein, nein. Wir haben keine Zofahrer. Wir haben keine Zofahrer. Wenn wir uns auf alle Zofahrer stellen. Was haben wir hier? Wir haben sie ein Zofahrer. Wir haben ein Zofahrer. Das war's für heute. Es gibt ein schönes Land, es gibt ein schönes Land. Aber die Leute sind jetzt und die Leute sind nicht mehr als die Leute. Die Leute sind nicht mehr als die Leute. Die Leute sind in Mali und in Afrika. Die Leute sind nicht nur in der Erde, sondern in der Erde. Wir sind in der Erde, die Leute in der Mali. Er ist von Europa und von ihnen. Sie müssen die Leute auf dem Mali. Die Leute sind in den Mali. Sie müssen die Leute in der Mali nicht mehr als die Leute zu sparen. Man muss das alles oft nach dem Mali. Wenn die Leute auf dem Mali nicht mehr als die Leute zu sparen, du kostet das die Leute aus dem Mali. Was ist das? Was ist das? Das will ich für die Hand excited, damit die Leute die Mali nicht mehr als die Menschen. Die Leute sind hier. Die Leuten sind hier. Die Leute sind hier. Wir sind hier. Da sind wir hier ein gesteinander. Wir sind dann erst wir, aber wir sind in der ersten Zeit. Wir sind hier, hier kommen und hier kommen. Wir machen jetzt nicht der Dabbi, wir machen uns nicht der Dabbi. Wir wollen Dabbi nicht, in Europa und in Amerika und in Asien. Wir wollen Dabbi nicht und ihr ihr Vater und ihr Vater. Denn du bist Kind und du bist bist du, ihr der Vater, ihr wisst. Wir müssen uns nicht denn mit der Branche gehen. Ich muss uns gleiche auf, wenn wir den Chef nicht mehr machen. Kommt, wir müssen uns nicht mehr machen. Kommt, wir müssen uns um, dann kommst du ein, wir müssen uns um. Wir müssen uns das machen. Wir müssen uns nicht mehr machen. Ich muss uns die Rede mit uns geben. Wir müssen uns wachten. Ich weiß kein basketball genau. Ich würde der Zeit sagen, dass sie der vill. Die weil wir es dafür sorgen. Das ist los dem Kommunen. Die Afrika sagt, dass sie die Situation bekommend sind. Doe ist die Liebe. Sie hatten keine bullets! Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Der erste ist, der erste ist, der Dr. Däbi-Doktator, der alle Menschen verletzten. Wir verletzten, wir sehen uns in 1994, die Menschen verletzten. Die Menschen verletzten, die alle drei Menschen verletzten. Der zweite ist, die Menschen verletzten, die Menschen verletzten. Die Menschen verletzten, wenn sie die Lande, wenn sie. Sie verletzten, sie nach dem deinen Hier und eigentlich wird sie des bartendingen. M구stre Er Bakas-M комна Sevier haben keine Binderten Wachstum für den Weg. Das war die Menschen. Er sagt, dass sie die Leute schön haben. Viele Menschen machen ihren Unfall. Sie machen das andere Menschen die sich nicht widerspannen. Warum leiden sie ihnen die Leute können? Er kommt nicht im M prise, sonst im Mali. So vieles habe ich an, ich bin Anzeichen. Es ist eine Betriebe, aber wir sehen, in der Zeit. Ich habe die Freunde von Burzara. Es eripes dir, auf der Adritabie. Es gibt keine Demokratie, wo die Demokratie ist? Der Adritabie ist der Doktor in der Erstaat. Das ist ein Zander. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wo ist man die Däbi? Die Däbi ist ein Worteil. Die Däbi ist ein Worteil. Die Däbi ist eine Däbi. Däbi ist ein Worteil. Der Däbi ist eine Däbi. Wir müssen uns entscheiden. Wir müssen uns gemeinsam entscheiden. Ich kann nicht entscheiden. Wir müssen noch ein bisschen sprechen. Aber wenn niemand mehr möchte, dann können wir uns nicht mehr sprechen. Sie sollen nicht mehr. Ich bin anders. Es ist okay, weil ich nicht so viele TikToks von Poli gehen, und nicht so viel ist. Sie sollen nicht so heißen. Die Seite machen Sie? Sie sollten Sie machen, Sie sollten nicht so heißen. Sie sollen dich nicht so heißen. Sie sollen dir sein. Ich bin der Dr. Tari, 23 Jahre alt. Das ist ein Schlag, das ist ein Schlag. Wir werden uns in der Nähe und der Dr. Dahmer sagen, dass wir sie nicht mehr unterbauen können. Wir sind die Demokratie, die wir nicht mehr ausbauen können. Wir machen die Demokratie. Wir machen die Demokratie. Wir machen die Demokratie. Wir machen die Demokratie. Soo Kiel 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 Ich sag mir das nicht! Wenn ich die Inhalte gewinnt, ist das Mama besser. Dude muss ich sagen! Ich habe den Menschen nicht mehr gewinnt. Ich werde das Menschen nicht mehr gewinnt. Es gibt einfach ein Frauen nachbefendierter. Ich sage das nicht nur, wir müssen zu kämpfen! Das ist das nicht so, wir müssen es zu tun! Wir sind alle angemessene Anlage hinzugeben. Sie wollen immer diese Anlage nehmen. Ich mach sie immer. Ich muss das einer Meinung sein. Ich muss das einen Meinung sein. Ich muss es jetzt sagen. Sie sollen doch keine Zeit machen. Sie sollen die Meinung sein. Das ist es das Recht. Wir haben einen hier in charge, Diamond, Petrol, aber die Gouverneur ist schafft. So, tell everybody why, because if you ask about something, he's responding and he needs to kill you. Why are we here? Why are we here in Europe? Because there are a lot of problems with us, that's why we are here in Europe. So, that's why at the beginning, I don't like him, but at the same time, he's a kid, but at the same time, I don't like him. He's a great man, he's here. I'm going to say, I'm going to say, we're in place, we're here, because he's a kid. So, we have a big problem in our country, because he's not here, and at the same time, there are a lot of things, so we're here. I'm going to say, 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 I Guten Tag! Dr Dijf! 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 Wir werden schonetragend perochen. Okay. Was ist der Herr schrecklich? Okay. Das ist mein Mann. Ja, der ist mein Mann. Das ist mein Mann. Der ist mein Mann!